. Ich habe eine Frau, was haben Sie denn vor? Wollen Sie hier mit Speisesalzen jeweils streuen? Das ist doch Quatsch, Mensch. Nicht mit Salz. Wir von der Vulva. Wir machen den Schnee weg. Nein, nicht mit Streusalz. Aber das nehmen wir von der Vulva nicht. Wir machen sie den Schnee weg und streuen das auch. Aber nicht mit Salz, sondern mit Streusand. Verstehen Sie, Barbara? Streusand. Weder Scherz an Rande. Wir kümmern uns darum. Aber ich kann ja auch nicht überall sein. Also da müssen Sie schon ein bisschen Geduld haben, wenn es dann mal schneiden sollte. Also, okay? Tschüss. Ja, ist so. Wir von der Vulva können eben nicht überall gleichzeitig da sein tun, um den Schnee wegzuräumen. Aber für Notfälle. Für Notfälle habe ich immer einen Schneebesen dabei. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.